Erfrit, analysiere die Miliz. Truppenstationierung, Ausrüstung, Bewegung. Ich will genau wissen, was mich erwartet. Ich werde eine Analyse der feindlichen Truppenbewegführer und mich dann melden. Du kannst alle anderen treiben, aber du lebst nicht. Irgendwas ist anders an dir. Du hast Angst. Du hast eine Ängste immer unterdrückt. Im Unterbewusstsein eingesperrt. Versteckt. Aber etwas nahm an dir in den Abgrund deines Verstandes nicht wahr. Etwas, das nicht einmal du kontrollieren kannst. Da entstehen Risse, während es an die Momofliegen reinkt. Ich kann es fast schmecken. Ich kann gar nicht seinen Gesichtsausdruck abwarten, wenn du ihm sagst, dass seine Tochter entführt wurde. Und dass es deine Schuld ist. Das wird echt herrlich werden. Ich muss los. Batman ist hier. Was ist los? Jim. Komm schon, du machst mir Angst. Es ist Barbara. Sie wurde entführt. Nein, nein. Ich hab mit ihr gesprochen. Sie ist schon vor Stunden rausgekommen. Bleib ruhig. Wir befreien sie. Wer ist es? Wer hat mein kleines Mädchen? Scarecrow. Sie wurde aus dem Uhrenturm entführt. Wir müssen los. Es könnte Hinweise geben, die uns zu ihr führen. Ich folge dir. Bleib in Kontakt. Du musst ihm schon irgendwann sagen, dass es deine Schuld war, Bats. Das Beste ist ja, dass ich bei dir bin, wenn du's tust. Jim, du musst konzentriert bleiben. Es ist gefährlich da draußen. Fahr langsam und ich kümmere mich um mögliche Probleme. Warum hab ich das zugelassen? Du hättest das niemals vorhersehen können, Jim. Dinge vorhersehen ist mein Job. Als Polizist und als Vater. Das Ganze ist meine Schuld. Da oben. Wir haben Gesellschaft. Wer ist das? Die Miliz. Ich mach jetzt. An alle Kräfte. Hier spricht der Arkham Knight. Eure Priorität ist die Ergreifung von Commissioner Gordon. Ich wiederhole, die Ergreifung von Commissioner Gordon an Priorität. Ich will ihn lebend. Lasst euch von nichts aufhalten. Feuer öffnen. Schafft sie mir vom Hals. Ich kann sie nicht ewig abschütteln. Verflucht. Verdammter Mist! Ich bin getroffen. Ziel anvisiert. Ich bin getroffen. Du hast ihn. Noch eins übrig, Batman. Schalte den Bastard aus. Ja, das hat mir getan. Ich bin unter Beschuss. Feuer eröffnen. Komm schon! Wenn getroffen. Knallt ihn ab! Bleibt dran. Er steckt Treffer ein. Lass ihn brennen. Dieser Autos sind dafür nicht gemacht. Das war's. Das war der Letzte. Alles sauber. Es ist zu gefährlich, Jim. Steig ins Batmobile. Ich bringe uns zum Uhrenturm. Ich muss im Batmobile bleiben und Gordon schützen. Bring uns einfach in einem Stück dahin. Uns läuft die Zeit davon. Bevor sie zum Uhrenturm aufbrechen, wollen sie vielleicht die Analyse der Truppen des Arkham Knight hören, die sie anforderten. Was hast du für mich, Alfred? Ich habe den Batcomputer programmiert, die Präsenz der Miliz auf den drei Inseln zu analysieren und Daten über ihre aktuelle Stärke in jeder Zone bereitzustellen. Wie Sie sehen, unterliegt mir Garni Island starke Besatzung. Eine beachtliche Drohnenschreitkraft kontrolliert die Straßen. Fahners Island ist der Stützpunkt der Miliz und wird durch Langstreckenradar und an Raketenwerfer geschützt. Ich rate dazu, das Batmobile vorerst von dort fernzuhalten. Die verbliebenen Drohnen auf Blick Island wurden zum Schutz des Uhrenturms ausgesandt. Rechnen Sie mit starkem Widerstand. Danke, Alfred. Ich bin auf dem Weg.